Hier auf dem Hugo-Boss-Platz in Metzingen wird gerade die neueste Attraktion der Outlet City aufgebaut. Ein 80 Meter hohes Kettenkarussell. Doch es ist nicht nur hoch, sondern auch schnell. Die maximale Drehgeschwindigkeit des Karussells liegt bei 70 Stundenkilometern. Ab Freitag kann jeder, der möchte, eine Runde mit dem Kettenkarussell drehen. Eine Fahrt kostet 6 Euro. Bis zum 24. Oktober wird das Karussell in Betrieb sein.